Schalte diese kleinen Dinge aus mit den Granaten neben der Sieben, weil die setzen die scheiß Geschütze. Das sind die schlimmsten. Ich bin dabei, ich versuch's. So, wir versuchen hier die Mission jetzt zu Ende zu bringen. Kurt ist down. Ich bin mein Siebkollege. Ah, rechts von dir, rechts von dir, der nimmt dich unter Beschuss, pass auf. Aber, ich hab keine Motion mehr. Ich krieg den aber so nicht, weil mir der rechts, Carlos rechts, der hat dich mega im Visier. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bleib so, ich bin gleich ready mit Heilung. Bleib so, nicht hier, nicht hoch, nicht hoch. Ja, ich hab Probleme, ich hab keine Motion mehr. Okay, jetzt. Danke. Diese dem meine ich, der nimmt dich voll unter Beschuss die ganze Zeit. Ja, warte mal. Die gehen mir jetzt auch ein bisschen auf den Denkel. So, die schützt da runter. Na, haben wir die abgelenkt. Bleib unten, wenn du nachladest. Junge. Wo ist das verkackte Geschütz? Da war's. Weg. Weg. Da ist doch auch noch eins, mein Gott. Das ist nicht einfach, Alter. WTF, wie hat der mich denn hier erwischt? Oh, nicht dein Ernst. Vor allem von wo? Du bist dann gefallen, wo ich abgeschossen hab. Oh, fag ich mal auf die Seite. Bleib in der Deckung. Unten. Jawohl, 3000. Den hab ich's gegeben. 35. Schön nachladen. Bleib unten lieber. Vorsichtig. Die kriegst du den Wichser, die zu plocken. Die Drecksäcke. 35. Down. Zweiter's down. Nur noch einer. Und einen kleinen Kackruder. Oder? Ne, nur noch der eine. Alter, läuft jetzt nur noch weg. 35. Ja, komm, lauf ruhig. Egal, was soll ich noch sagen? Jetzt haben wir gleich gespielt. Ich komm die Treppen runter und den so wegholen. Komm. Ich hab keine Muttiung mehr. Wtf. Ja, komm her, Baby. Oh, my God. Die Mission war jetzt auf jeden Fall nicht einfach, wir werden jetzt alle drei Boss weg holen. Munition? Jaaa. So, da kann ich jetzt das Mikro erstmal wieder ausmachen. Ja, machen wir. So, wo muss jetzt wohl vielleicht hin? Wir haben ja gar keinen Plan. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Sure, sure, sure. Da passiert noch irgendwas? Jetzt guck mal genau hin, da unten laufen die Leute, Zivilisten, und der schmeißt den Kran runter. Bei mir waren da mega viele Zivilisten. Der schmeißt einfach runter, alles geht hoch. Da hinten, siehst du? Einfach reingeschmissen. Wie nett. Gut gemacht. Cholesterol-Schaden eingeschlossen. Boah, ich brauch erstmal wieder neue Missionen irgendwo. Kann ich irgendwas hier aufstocken? Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also Probenteam, wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren entwickeln können. Ja, die Mission ist schon geil gewesen. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Die ist wenigstens etwas herausfordernd, nicht so wie die anderen zwei. Die waren eher luscht. Auf jeden Fall, Alter. Ja, so leichte Missionen, auf jeden Fall. Vor allem hier merkt man richtig, dass man langsam vorangehen muss. Rechts ist auch ein Seil. Ja, okay, komm. Scheiß drauf. So, warte mal kurz. Oh, guck mal, Fluffy. Guck mal, bell mal. Ja, fein. What up? Fucker. Hey, die Vergleichsdaten, die sie vor Badgelände haben, von den Flüchtlingen mal legt. Das kann. Guck mal, er schläft. Er schläft. Lassen war das dabei. Er schläft jetzt ganz zart. Guck mal hier, er macht seine Schlafhaltung. So. Oh, der schläft doch nur. Ein Wacke. Also nur betäubt sozusagen. So, noch ein bisschen. Ähm. Guck mal, Fonny, er sieht aus wie das edle Ross. Ja, wie krass. Oh, der schläft. So voll geil, so ein Pferd im Galopplauf. Oh no. So, ich dir, was geht denn jetzt ab? Mal gucken, was geht denn jetzt? Ah. Naja, gut. Wie gesagt, wenn du noch mehr Hilfe brauchst oder so, einfach Bescheid sagen. Alles klar. Mach bei mir jetzt Zeit. Verdammt, wenn sie die Schleusen sprengen, dann Käpt'n, die haben ein... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Oh, da kannst du mir gerade helfen bei einem so einem Wichser. Ich komme da gerade nämlich nicht alleine hinterher. ... und Medikamente aus der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Wir hören nochmal diese Benitez. Okay, was ist jetzt los? Aber keine Möckeln mehr. Hilfst du mir gerade bei einem Typen legen? Ist nur ein einziger. Äh, warte mal. Ich komme allein gegen ihr nicht klar, weil der hat zu viel Lebensenergie. Ja, komm. Und das ist doch eine ganz schmale Gasse. Da müsst ihr eigentlich schon sagen, was das für eine scheiß Missy ist. Aber ich brauche die. Okay, lass go. Er hat mir geholfen, ich habe ihn geholfen. Ist gar nicht so weit von hier, 0,6. Okay. Wie geht's denn? Ja, so weit ist ganz gut. Ja, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ja, super, danke. Das gibt's keine Grund. Ich mache Ihnen keinen Ärger. Äh, geh weg. Äh? Äh, das Spiel verstehe ich nicht. Kann eben auch. Ich lauf an so einem Typ vorbei, weiß ich, war einfach nur so die Waffe gewechselt. Dann sagt sie dir, was wollen Sie damit bezwecken? Äh, waffe wechseln? Ja, okay, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Tja, was wollen Sie damit bezwecken? Warum nicht? Kann man so machen? Würde ich so stehen lassen? Ja, manche Aussagen hier sind echt schon Arsch. Ohne Schwitz. Okay, mal gucken, was wir hier machen können. Aber wir sind gleich da. Oh nein, rote Balken, Gegner. Wollen wir die mitnehmen? Oder wollen wir die... Oh ja, die nehmen wir mit. Ja, genau. Ein Schuss, ein Treffer. Boah, fuck. Nur halbzifall. Wir sind durchs halt auch so. Aber das ist ein JTF-Ding. Ja, hau ab, ich will dir nichts tun. Hat das bei dir auch gesagt. Ja. Dein Ernst? What the fuck, wo, wo, wo? Siehst du, ein paar XP haben wir wieder bekommen. Na super, komm weiter. Hab irgendwas gejobbt eigentlich? Obwohl, Level 8 war wohl ein bisschen egal. Er wird schwer, dass ich bei Level 8 alter Junge bin. Ich bin grad mal Level 6 oder so. Was? Was für ein... Hat die das bei dir jetzt auch gesagt? Sie verrichten das Werk Gottes? Ohne Witz. Ohne Witz jetzt. Hat die das? Alter, sind die Sprüche nämlich gleich. Aber mir hat irgendwie grad so eine Tussi da geschrieben. Sie verrichten das Werk Gottes. Wenn du nicht andere Leute im Kopf schießt, ist das Werk Gottes. Ja gut. Ich brauch Munition, Alter. Oder witzig? Wir sagen, wir gehen echt dem Nini raus. Nein, ich... Nein, unterbrechen Sie den Wackmann, der interessiert mich jetzt nicht. Was ist denn neuer Beweis denn? Ich will die endlich hinter mir bringen. Weil da verreck ich jetzt die ganze Zeit. Weil ich alleine bin. Ja, alleine ist ein bisschen schwer, ne? Wo sind wir zugehen? Sind gleich da. Ich gehe ihn einfach aus dem Weg. Ja, schön. Ich gehe ihn einfach aus dem Weg. Aber bleib sitzen. Ach, ach, ach. Logik. So, wollen wir mal. Ach, der seht sich schon. Ich seh schon. Oh, ich kann gotzen. Wir sind jeweils Schild. Das ist auch. Das zweite Schub ist viel leicht. Okay, das ist nachgeladet. Ich kann nicht mehr nachladen. Das ist mein Problem. So, da kommt gleich so ein Penner, der hat auch, ich glaube, zwei oder drei Lebensbalken. Und den schaffe ich alleine nicht weg. Ich kriege ihn immer nur auf einen Lebensbalken runter. Selbst mit meinem Geschütz. Ich kriege ihn nicht runter. Okay. Weil da sind die Gassen zu schmal. Du kannst dich kaum verstecken. So läuft einfach auf dich zu und knallt dich ab. Ah, das lehrt mich ein bisschen an Destiny. Nein, das ist das für ein Arsch. Das lehrt mich so leicht an Destiny, wenn ich zugehen muss. Deswegen konnte ich auch bei Destiny das LP nicht beenden. So. Weil ich auch auf so einer engen Gasse war. Ganz hinten ist der. Vorsichtig ranpirschen. Ach, scheißegal. Er hat einfach rein. Wenn du nachladen musst, dann tust du es jetzt. Warte, wo ist hier was? Ich weiß nicht, wo ist hier was. Ich glaube, die Ecke müsstest du auch noch kennen. Aber der hat mehr Lebensenergie wie der andere. Ah, die Gassen. Du verdienst das, Mann. Oh, was? Was, was? Drückt ab! Wo kommt der her? Da ist er, 5-0, geht er weg. Der hat, hau ohne Ende. Oh, ja, du ist echt super geil. Also, Hawaii 5-0, Alter. Ich versuch mal zu retten, Alter. Ich habe gedacht, der kommt irgendwann später. Schaffst du es hier hin? Natürlich. Jetzt kommt der nämlich an, der Bartschild. Hey, der geht ja auch überhaupt nicht down, Alter. Der geht ja gar nicht. Ja, er ist down, er ist down. Leck mich. Nicht der eine, komm hier. Dieser Bastard, der hat zu viel Power. Das wird euch noch leid tun. Ach, wir nehmen dich das hier, ne? Oh, danke dir. Mehr wollte ich gar nicht. Nur dieser eine Bastard. Der hat mich jedes Mal verrecken lassen. Voll die Vision, ey. Weiß, er geht einfach auf dich zu und knallt dich ab. Du wie gerade eben. Er geht einfach auf dich zu. Du hast hier kaum Möglichkeiten irgendwo hin. Und der hat mega viel Power, der Bastard. Okay, später kann das alles, genau. Danke dir. Wenn du hier bist, sag Bescheid, dann komm ich hier hoch. Oder allgemein, weißt du ja, wenn du Hilfe brauchst. Hä, was? Ja. Ja, alles klar. Wenn was ist, melden, ciao. Tschö. So, liebe Leute. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum irgendein Lincoln-Tunnel. Was ist denn dieser Beweis im Kleinplan? Was ist das? Ich hab grad keine Ahnung. Was ist denn dieser Beweis, Alter? Was kann ich damit machen? Aussehen, Tasche, Inventar, Aussehen, nein. Übersicht, Laden, Einstellung, nichts. Aufklärungsraten. Na, warte mal. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Okay, ich verstehe. Okay, let's go zum linken Tunnel. Ja, ich brauch irgendwie, ich brauch aber irgendwie Munition. Nur nutzloser Müll. Wo ist das? Für ein paar coole Sachen lohnt es sich. Ja, geht mir aus dem Weg erstmal. So, würde sagen, mache ich jetzt mal den linken Tunnel. Wie weit muss ich mich hinbewegen? Ich weiß, dass da was drin ist. Ich konnte ein paar Leute natürlich ungefragt, was sie sagen. What the fuck ist das? Es hat wieder wunderbar funktioniert, Leute. Es hat wieder wunderbar funktioniert. Ich sehe den nicht, ich sehe den nicht. Ich sehe den nicht. Fuck, hast du karscht? Also, wie sind denn hier? What the fuck, wie sind denn hier auf einmal? Oh, what the fuck is going on? Och, Leute. Ja, egal. Ich muss sowieso zur Operationsbasis. So, liebe Leute, bleiben ja fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Division. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.